Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Das Horrorjahr 2023 endete nicht so überzeugend. Das werdet ihr wissen, wenn ihr unsere Besprechung zu The Queen Mary oder Backhead gehört habt. Aber das Horrorjahr 2024 scheint vielversprechend anzufangen, nämlich mit Home Sweet Home. Was das Besondere an diesem Film ist und ob er denn wirklich empfehlenswert ist, das werde ich heute besprechen. Und zwar nicht alleine, sondern mit dem Werten Werner von der Filmgalaxis. Hallo. Ja, grüß dich du. Hi, frohes Neues noch. Ja, frohes Neues für euch da draußen zur Information der Film, den wir besprechen. Der startet am 25. Januar, aber wir haben ihn tatsächlich schon, also ich im alten Jahr geguckt und der Werte Werner in der Sneak Preview vor, ja, kann man sagen, ganz frisch aus dem Kino raus. Du dampfst quasi noch und wir nehmen das hier Anfang Januar auf, nur damit ihr Bescheid wisst. Werner, kannst du unserer Wertenzuhörerschaft kurz erklären, worum geht es denn in Home Sweet Home? Ja, in dem Film geht es um die schwangere Maria, die mit ihrem Verlobten umzieht in dessen Haus, in dem er aufgewachsen ist und dann passiert an einem Abend, wo sie alleine in der Wohnung ist, da passieren ganz komische Dinge, man hört Geräusche und ja, ihr Mann ist in einer Besprechung, kann ihr nicht helfen und dann muss sie eben alleine gucken, was da unten lauert, was es mit diesem Spooky auf sich hat und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Und ich glaube, wir können jetzt schon mal die Katze aus dem Sack lassen, was das Besondere an Home Sweet Home ist. Ja, natürlich, nur ein echter Film wäre, mit einem wunderschönen deutschen Subtitle, nämlich Home Sweet Home, wo das Böse wohnt, wie ich gerade sehe. Sehr schön. Und das Besondere an diesem Film ist, er ist ein One-Take-Film. Und es gibt ja zwei Arten von One-Take, also einmal der One-Take-Film wie 1917 oder Birdman, wo halt schon geschnitten wird, aber es wird, ja, wie soll ich sagen, elegant kaschiert. Und es gibt die echten One-Take-Filme, auch aus Deutschland, zum Beispiel Limbo oder vor allem Victoria. Filme also, die wirklich ohne einen einzigen Schnitt gedreht worden sind. Und so einer ist jetzt auch Home Sweet Home von Regisseur Thomas Sieben, der im Vorfeld für Netflix den Survival Thriller Prey gedreht hat. Also ein Mann, der durchaus gewisse Genre-Erfahrungen hat. Und, Werner, wann ist dir das aufgefallen, dass dieser Film, mal abgesehen von den Einblendungen im Vorspann, keinen Schnitt hat? Nachdem ich es gelesen hatte, also mir wurde gespoilert, was in der Sneak laufen würde. Und dann musste ich natürlich gucken, was hat es mit diesem Film auf sich. Und da habe ich dann gelesen, dass das eben so ein One-Take-Film ist. Und da dachte ich, okay, sign me up, da habe ich Lust drauf. Denn von diesem Film gibt es in meinen Augen viel zu wenig. Das letzte Mal, als ich damit meinen großen Spaß hatte, das war bei 1917. 17, der vor drei Jahren, glaube ich, lief oder vor vier, weiß nicht, ist auf jeden Fall schon älter. Ich glaube sogar fünf. Oh. Es ist auf jeden Fall schon was her. Und dementsprechend hatte ich da direkt Lust darauf. Das Einzige, was mich ein bisschen skeptisch gestimmt hat, ist, dass es ein deutscher Film ist. Und ja, nicht nur ein deutscher Film, sondern ein deutscher Horrorfilm. Und dafür würde eigentlich schon Tilt Schweiger genügen. Aber der ist ja hier nicht mit dabei. Und da war die Frage, kann Deutschland Horror? Also ich sage, ja, Deutschland kann Horror. Wir Deutschen nennen das dann natürlich nur nicht Horrorfilme, sondern Rom-Com. Kleiner Witz. Aber man muss ja sagen, dass das deutsche Kino, das ja wirklich schon sehr alt ist, ja auch große Horrorferke hervorgebracht hat. Also das Kabinett des Dr. Kallagari zum Beispiel. Aber man hat schon recht. Also in den letzten Jahren wurde immer mal wieder versucht, aus Deutschland Horrorfilme zu machen. Natürlich vor allem in der Independent-Sparte, denn die deutsche Filmförderung ist, was Horror angeht, nicht besonders spendierfreudig anscheinend. Jetzt aber eben Home Sweet Home, der durchaus größerer Start ist und mit Nilam Farouk, Justus von Donani und David Cross sehr prominent besetzt ist. Und ich wusste tatsächlich gar nicht, dass der ein One-Take-Film ist. Ich finde aber, dass man es relativ schnell bemerkt. Und ich, ja, ich fange mal direkt mit, ja, ich lasse die Katze jetzt mal aus dem Sack. Der Film hat für mich nicht funktioniert. Wirklich gar nicht funktioniert. Ich finde es beachtlich. Ich glaube wirklich, dass der Film technisch eine Meisterleistung ist. Ich möchte wirklich wissen, wie sie das gemacht haben. Ich würde gerne Szenen sehen, wie sie das gedreht haben. Aber der Film an sich, ich fand ihn weder spannend noch wirklich interessant. Ich fand ihn wirklich weitestgehend. Und er geht nur 84 Minuten, aber davon locker 79 Minuten lang fand ich den einfach nur wirklich böde. Jetzt bin ich sehr gespannt, Werner. Wir haben uns im Vorfeld nicht darüber unterhalten, wie wir den Film finden. Zu welchem Team du gehörst? Bist du Team Ja, mag ich nicht? Bist du Team Nein, finde ich super? Oder bist du da eher unentschieden? Ich bin da ziemlich in der Mitte, muss ich sagen. Denn so ganz schlecht fand ich ihn nicht. Weil, wie du schon gesagt hast, der ist ziemlich gut gemacht. Die Produktion ist mehr als nur gelungen. Und man möchte durchaus wissen, wie sie das auf die Beine gestellt haben, weil das richtig gut gemacht ist. Also sowohl die Inszenierung rund um mit dem Thema Licht und auch was Musik angeht, wie man damit versucht, Spannung aufzubauen und es teilweise auch schafft, muss man sagen. Da hat der Film hat der Film durchaus so seine Momente und vor allem eben diese One-Take-Sache hat den Film für mich in gewisser Weise sehenswert gemacht. Gut ist er wahrlich nicht. Da muss ich dir vollkommen recht geben, weil viel zu lange, viel zu wenig bis teilweise gar nichts passiert. Außer, dass man im Schneckentempo die Treppe runter geht. Aber, ja, schlecht fand ich ihn nicht. Gerade wenn man eben bedenkt, dass das eine deutsche Produktion ist. Mein Problem mit dem Film ist halt einfach, der war für mich nicht immersiv. Dieses One-Take-Gimmick hat dafür gesorgt, dass ich nie das Gefühl vergessen konnte, dass ich hier wirklich einen Film sehe. Dass es nicht echt ist. Weil der Regisseur Thomas Sieben mit Digitaleffekten hin und wieder auch so ein paar Jumpscares generiert, die bei mir jetzt auch nicht wirklich auf oftbaren Boden gestoßen sind. Aber, was er halt ganz oft macht, ist, die Kamera folgt der Hauptfigur, also der Maria und irgendwann weißt du halt, die Kamera folgt ihr und sobald die Maria wieder zurückgeht, wird da irgendwas stehen, irgendwas sein, was da vorher nicht war oder vielleicht wird irgendwas wechseln und so kommt es auch. Und das ist, diese Vorhersehbarkeit hat mich unter anderem gestört. Ich finde tatsächlich, dass der Film technisch halt wirklich toll gemacht ist, aber ich finde, es tut dem Film nicht gut, es tut der Geschichte nicht gut. Ich glaube tatsächlich, dass man vielleicht Horror doch mit Schnitt machen sollte. Ich glaube nämlich, der Schnitt ist so ein mächtiges Werkzeug und ich glaube, dass Home Sweet Home auch mit Schnitt kein großartiger Film gewesen wäre, aber zumindest ein Film, der für mich zumindest wesentlich besser funktioniert hätte, als jetzt das, was am 25. Januar in die Kinos kommt. Muss ich dir wirklich recht geben, was das Thema Vorhersehbarkeit angeht. Da hat man sich sehr oft schon im Voraus gedacht, okay, die Kamera bewegt sich langsam um die Ecke, langsam um die Kurve und du stellst dich schon richtig drauf ein, okay, da wird gleich was erscheinen. Okay, gleich hören wir wieder irgendwie was und ja, also gefühlt neun von zehn Szenen sind vorhersehbar, also die Geschichte größtenteils auch mit, ja, kleinen Momenten, wo man da mal kurz denkt, okay, wow, hätte ich jetzt so nicht unbedingt gedacht. Da hat die Geschichte so ein, zwei Momente, wo man mal kurz aufhorcht, aber vor allem das Ende, muss man zugeben, ist extrem vorhersehbar. Ja, also ich war halt überrascht, weil ich, wie gesagt, ich wusste von dem Film wirklich fast gar nichts. Ich war wirklich überrascht, dass es, und ich glaube, das können wir verraten, dass wir es hier schon mit einem Geisterfilm zu tun haben. Es ist jetzt kein Home-Invasion-Film, es ist wirklich ein klassischer Geisterfilm, was den Filmemachern halt eben auch erlaubt, einfach mir Digitaleffekte irgendwelcher Geister in die Szenerie reinzutransferieren. Das machen sie nicht so häufig, aber sie machen es hin und wieder mal und ich kann es auch verstehen, weil das ist, glaube ich, der einfachste Effekt, den du machen kannst, um dein Publikum bei der Stange zu halten oder zu erschrecken. Ich muss aber auch sagen, ich finde es halt auf der einen Seite total interessant, das Setting dieses Films, weil es spielt ja wirklich zu 100 Prozent in und um diesem Landhaus herum und gerade dieses Setting Landhaus, Werner, du und ich, wir haben wahrscheinlich schon so viele Horrorfilme mit Landhaus-Setting gesehen, dass wir es nicht mehr erzählen können, aber diese Landhäuser in diesem Film sind halt in Anführungszeichen ausländische Landhäuser. Jetzt haben wir es hier mit einem deutschen Landhaus zu tun und ich fand es irgendwie nicht gruselig. Vielleicht einfach, weil ich diese Art von Wohnung, Behausung privat einfach kenne. Ich weiß nicht, wie es hier gegangen ist, aber wenn ihr da durch dieses Haus schleicht, ich hatte nie das Gefühl, dass es auf mich bedrohlich wirkt. Wie war es bei dir? Bedrohlich würde ich nicht unbedingt sagen, aber man hat sich, ich will nicht sagen verlassen gefühlt, aber dadurch, dass die Wohnung ja renoviert wird und die Räume ziemlich leer stehen, sieht es halt eben so groß aus, dass man eben das Gefühl hat, diese eine Person, die ist halt echt ein bisschen, ja, auf sich gestellt und von dem her hat man das zumindest gut transportiert und beängstigend war es nicht wirklich und höchstens die, ja, Dunkelheit hat ein bisschen für Unmut gesorgt, aber das war es dann auch wirklich. Was ich dem Film aber wirklich zugutehalten muss, ist, dass es ihm sehr schön gelingt, Rückblenden zu integrieren, auch ohne Schnitt. Das machen sie wirklich ganz, ganz toll. Mein Problem ist halt nur wieder, dass es zwar unglaublich effektiv ist, aber nur im technischen Sinne. Ich finde, auch da hat mir einfach der narrative Wumms gefehlt. Also, wenn sie zurückspringen in die Vergangenheit und wir sehen dort Sachen, die passiert sind, das ist wirklich eine tolle Idee, aber ich glaube, das hätte man auch anders umsetzen können. Und ich muss auch sagen, dass ich nach diesem Film total große Lust hatte, einen anderen Film zu sehen, nämlich One Cut of the Dead. Werner, kennst du One Cut of the Dead? Ja, sowohl das Original als auch das Remake davon und ich kann dir sagen, oh yeah, sign me up. Also, das Original von One Cut of the Dead ist genial und den würde ich definitiv euch empfehlen, wenn ihr Lust auf One Cut Filme habt und das Remake, lasst die Finger davon. Ja, sehe ich genauso. Ich finde es halt einfach nur so amüsant, weil ich, glaube ich, drei Viertel des Films von Home Speed Home einfach da im Kino saß und mir dachte, boah, ich möchte einfach wissen, was da gerade jetzt hinter der Kamera los ist. Wie da irgendwelche Assistenten gerade spitzen, um irgendwas zur richtigen Position zu bringen. Und ich dachte mir einfach, es ist, glaube ich, wirklich, die Entstehung des Films ist, glaube ich, spannender als der Film an sich. Und das ist sehr schade. Und ich glaube auch, das ist vielleicht total auch anstrengend. Also, natürlich war es anstrengend für die Macher, aber ich dachte wirklich die ganze Zeit, ich habe so Bock auf One Cut of the Dead, weil der erzählt, wie so ein Film entsteht. Aber Home Speed Home an sich hat, wie gesagt, bei mir wirklich 0,0 funktioniert. Ich kann dir sogar noch nicht mal richtig sagen, wie der Film endet, weil ich es wirklich vergessen habe. Ich habe ihn jetzt vor drei, vier Wochen gesehen, kurz vor Weihnachten war es, und da blieb einfach nichts hängen bei mir. Außer, dass ich halt, wie gesagt, wirklich glaube, dass dem der Schnitt fehlt. Ja, also ich weiß, woran es bei mir liegt. Einfach, wie gesagt, dass viel zu wenig passiert über den Zeitraum. Also, da wird so viel Zeit wirklich verschwendet, muss man sagen. Wo man eben nicht passend füllen kann. Da baut man dann einfach Musik ein und versucht damit, die Leute bei Laune zu halten. Hier und da ist es stimmig gelungen, aber gut ist auch was anderes. Und dementsprechend fühle ich da ganz genau, was du meinst. Aber so eine ganze Nullnummer war es nicht. Und ich muss auch sagen, er hatte ein paar unfreiwillig komische. Oh ja, also da muss ich dir wirklich recht geben. Wir saßen gestern da im Kino und haben immer mal wieder lachen müssen. Also leider unfreiwillig, aber es hat zur Unterhaltung beigetragen. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, ich versuche die gerade jetzt so spoilerfrei wie möglich wiederzugeben. Man merkt einfach, dass gewisse Figuren nur noch ankommen, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, wir brauchen auch sowas wie ein Body Count. Und dann gibt es wirklich eine Szene, wo eine Figur sich dem Bösen gegenübersteht. Und obwohl die Figur schon komplett malart ist, komplett am Ende sagt sie sowas wie, ich werde ihn aufhalten. Und du weißt genau, nee, wirst du nicht. Ja, aber was ich noch gar nicht angesprochen habe, was mich auch an diesem Film gestört hat. Ich habe ja gesagt, die Maria, die ist ja schwanger. Und ich finde, dieses Thema wird viel zu sehr in den Mittelpunkt gestellt. Also da wird immer so viel am Bauch gestreichelt und am Bauch gestreichelt und oh, das Kind und oh und oh und oh, dass ich mir denke, das ist jetzt ein Horrorfilm und kein Drama oder irgendwie etwas. Das reißt einen auch viel zu oft raus und man möchte einfach nur, dass es weitergeht. Also für den Film war das nicht unbedingt förderlich. Ja, ich glaube, dass die Schwangerschaft, also sie hat natürlich einen negativen Sinn und natürlich soll sie als schwangere Figur auch dafür sorgen, dass man mit ihr mehr mitfiebert, weil sie halt eben gesagt schwanger ist. Das heißt, sie hat auch sofort in sich etwas drin, für was sie kämpft, nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihr ungeborenes Kind. Ich konnte das schon nachvollziehen, aber ich glaube tatsächlich, ich hätte es auch nicht so sehr gebraucht. Ich meine, am Ende, wenn ihr den Film gesehen habt, werdet ihr es wissen, gibt es ja auch einen Grund, warum sie da schwanger ist, aber ja, wie gesagt, ich hätte es auch nicht gebraucht. Aber ich bin okay damit, dass es ein Schwangere ist. Ich bin nicht okay damit, dass der Film auf den Schnitt verzichtet, denn ich wiederhole mich sehr gerne und sehr oft, dieser Film hätte einen Cutter benötigt. Und das ist sehr schade, denn ich finde, durch dieses One-Take-Gimmick macht der Film sich einiges einfach selbst kaputt, weil er halt, wie gesagt, das haben wir jetzt hier in einer Viertelstunde schon mehr als einmal gesagt, an und für sich relativ, ja, wahrnehmbare Qualitäten hat. Ja, also ich habe auch kein Problem mit der Schwangerschaft an sich, also ich hatte bisher, ehrlich gesagt, noch nie Probleme damit. Wer da vor einer Film-Galaxis hasst Schwangere. Ja, schwangere Aliens vielleicht, weil sie gefährlich sind, aber das war es, nee, wie gesagt, also Schwangerschaft ist nicht das Problem, sondern einfach nur, dass man das viel zu sehr in den Mittelpunkt rückt in einem Horrorfilm. Aber, wie gesagt, das ist jetzt kein Beinbruch, sondern einfach nur noch so ein kleiner Schwachpunkt, den man ansprechen muss in meinen Augen. Ja, wenn man dann schwanger sagt, denken jetzt vermutlich auch viele so ein bisschen an diesen französischen Insight, da sollte vielleicht gesagt sein, wenn ihr Fan der blutigen Gangart seid, erwartet nicht so viel von Home Sweet Home. Warum? Ich weiß gerade nicht, welche FSK der hat, ich weiß auch gar nicht, ob der schon eine FSK offiziell hat, wo wir das hier aufnehmen. 16. Aber ich kann mir nicht, ab 16, ja okay. Und das ist übertrieben. Das kann man machen. Sorry, dass ich dir da dazwischenfunk, aber das ist mega übertrieben. Ja, da gebe ich dir tatsächlich recht, ich finde, den hätte man auch ab 12 freigeben können, aber es gibt ja dieses Harry Potter Gesetz, dass Kinder ab 6 dann auch ins Kino dürfen mit einer erwachsenen Begleitung. Das ist dann wieder ein bisschen was anderes, aber ganz ehrlich, erwartet da wirklich gewalttechnisch und kunstbluttechnisch wirklich keine Höhen. Das ist ein sehr bodenständiger, ja, ein sehr deutscher Horrorfilm, was diese Thematik angeht. Werner, hast du noch irgendwas, was du zu Home Sweet Home, wo das Böse wohnt, loswerden möchtest? Ich würde es einfach dabei belassen, dass der Film alles andere als schlecht ist, aber trotzdem höchstens für Horrorfans einen kleinen Blick wert sein könnte. Abgesehen davon muss man diesen Film nicht gesehen haben. Er ist solide gemacht, aber nichts, was mich unbedingt ins Kino locken würde. Ich konnte damit, wie gesagt, nichts anfangen. Ich finde, er hat seine Qualitäten, aber es gelingt ihm nicht, diese Qualitäten zu bündeln in ein überzeugendes Gesamtwerk. Der Film braucht einen Schnitt oder einen Cutter oder Cutterin, das hätte ihm geholfen vermutlich. Und ich finde aber trotzdem schön, dass dieser Film existiert. Nicht falsch verstehen, denn Genrefilme aus Deutschland, die auch noch im Kino starten, ist selten. Und wenn euch der Film interessiert, dann guckt ihn euch bitte an, einfach nur, um solche Art von Filmen zu unterstützen. Den Tele-Stammtisch könnt ihr aber auch unterstützen. Und das geht ganz einfach, da müsst ihr nicht für ins Kino gehen. Da müsst ihr uns einfach nur ein Like da lassen, denn den Tele-Stammtisch gibt es überall dort, wo es Likes gibt. Und außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-Stammtisch.de. Ihr könnt es auch gerne via PayPal eine kleine Spende da lassen, das würde uns auch sehr freuen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Seid auch mal so gut und guckt bei Werners Filmgalaxis dabei rein, meine ich. Meine Stimme ist weg, langsam, man merkt es. Deswegen sage ich nur noch Tschüss und überlasse Werner das letzte Wort und dann kann er sein Projekt nochmal selbst vorstellen. Tschüss. Ja, also auch von mir ein Dankeschön fürs Einschalten und ein großes Dankeschön an Dichstu, wie immer. Macht immer wieder Laune, mit dir zu quatschen. Und ich kann bloß sagen, schaut gerne bei mir vorbei bei Filmgalaxie. Aber noch wichtiger, bleibt beim Tele-Stammtisch, denn hier kriegt ihr weitaus mehr Content als bei mir. Von dem her, bleibt gesund, eine gute Zeit euch und wir hören uns hoffentlich bald wieder, hier oder woanders. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.